Harry Kane von Tottenham Hotspur droht aufgrund einer Knöchelverletzung wochenlang auszufallen. Damit wäre auch ein Einsatz im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund in Gefahr. Der englische Nationalstürmer hatte sich im Topspiel gegen Manchester United 0 zu 1 am Knöchel verletzt und sollte eigentlich bereits am Montag geröntgt werden. Mera und Independent berichten nun übereinstimmend, dass die Untersuchung des lädierten Fußes aufgrund der noch immer anhaltenden Schwälung noch nicht stattfinden konnte. Demnach befürchte man im Lager des Spurs eine Verstauchung zweiten Grades, die eine Ausfalldauer von mindestens vier Wochen zur Folge hätte. Eine genaue Diagnose steht weiterhin aus. Fehlt Kane gegen den BVB, am 13. Februar empfängt Tottenham den BVB zum Hinspiel im Champions League-Achtelfinale ab 21 Uhr live und exklusiv auf der ZN. Punkt. Trainer Maurizio Pochettino befürchtet im Falle eines Punkt. Trainer Maurizio Pochettino befürchtet im Falle eines